servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja ich komme gerade aus dem kino habe hier noch meinen becher von star wars episode 9 bisschen popcorn habe ja auch noch auf meinen t-shirt aber das soll uns jetzt nicht weiter stören was mich gestört habe die preise im kino also echt verrückt ich habe zum ersten mal so wie ip stühle da gebucht gehabt ich habe gedacht kommen wir lassen es mal krachen aber viel beinfreiheit viel mehr beinfreiheit hattest du nicht du hast ein bisschen breitere bisschen mehr platz im sessel kannst deine elbe ein bisschen mehr ausfahren in diesen leder sesseln aber okay was habe ich gezahlt 30 euro zusammen mein sohn hatte noch ermäßigt ich war mit meinem sohn immer im kino die karte weil er unter elf jahre ist film ist zwar ab 12 aber und 30 euro für die tickets jeder hatte so ein star wars menü ein menü 11 euro noch mal 22 euro und dann noch drei euro parkgebühr also 55 euro demnach sollte der film und eigentlich schon aus den sitzen reißen und begeistern aber ich muss ehrlich sagen wir haben das kino den kinosaal jetzt so mit gemischten gefühlen verlassen zum einen gab es ein paar richtig schöne momente und zum anderen gab es wieder ein paar momente wo man sich gefragt hat gott aber man muss auch ganz ehrlich sagen solche bilder die uns ryan johnson hier in den kopf gesetzt hat mit einem luke skywalker der hier irgendwelche zitzen ausprässt und milch trinkt oder lichtschwerter wegschmeißt die blieben uns gott sei dank erspart gott sei dank dennoch gibt es ein zwei szenen im film vor allem der schluss der schlusssatz also der hat für mich den film noch mal ja um einen punkt nach unten gezogen zur story braucht man nicht großartig viel zu sagen der trailer hat ja schon einiges raus gelassen auch das palpertin wieder dabei ist der imperator weiß man ja auch und wir steigen ein und sehen kylo ren am anfang wir hier diesen imperator trifft und ja stellt sich alles raus dass er von anfang an die fäden gezogen hat etc und so weiter und sofort muss man nicht glücklich sein dass sie den zurückgeholt haben ich habe gehört george lukas war überhaupt nicht glücklich darüber den haben sie auch nicht mal zur premiere eingeladen so viel also zu dem thema disney sehr gut und ja man merkt so richtig man hat versucht die wogen zu glätten man versucht so viel fanservice wie möglich zu betreiben man versucht so viele fans wie möglich noch glücklich zu machen einen versöhnlichen abschluss hinzukriegen auf biegen und brechen das gelingt teilweise teilweise auch nicht man sieht ein zwei charaktere wieder mit denen hat man vielleicht nicht mehr gerechnet auch wieder so als fanservice aber fragt sich hätte es jetzt sein müssen oder nicht auch das sehe ich mit ein bisschen gemischten gefühlen die ein oder andere charakterentwicklung kann man so auch nicht direkt nachvollziehen ich saß die ganze zeit im kinosaal drin und habe echt ein paar sachen befürchtet man hat auch den ein oder anderen spoiler vorher gehört der sich dann leider gottes auch bestätigt hat muss man dann sagen aber ja letzten endes kann man froh sein sie haben es einigermaßen gut über die bühne gebracht und ja die zweieinhalb stunden vergingen eigentlich schon relativ schnell du hast viele viel action viele schlachten es ist kaum ruhe in dem film drin du hast unsere drei hauptcharaktere die mal zusammen auch jetzt endlich mal ein abenteuer erleben dürfen allerdings muss ich sagen finde ich hat die chemie zwischen den drei nicht so gestimmt wie damals zwischen luke lea und han solo du hast den finn und diese rose in dem film völlig belanglose charaktere austauschbar wenn die jetzt da gefehlt hätten hätte sie ja auch nicht gestört du hättest nichts vermisst also da muss man dann auch ganz klar sagen fragt man sich warum man die überhaupt eingeführt hat war ein bisschen schade ein oder andere sachen haben sie dann gut gemacht der sound warm der hat gepumst das war richtig geil bei den weltraum schlachten und so da hat sich wirklich in den stuhl gedruckt da muss ich aber dann wiederum sagen hat mir so dieses element ist etwas neuen gefehlt du hast es schon tausend mal gesehen dieses pion pion hin und her wie eine besondere kamera fahrt oder so die dich dann mit rein zieht ins geschehen und dich so richtig rein bringt die hat mir persönlich jetzt ein bisschen gefehlt es war alles so ja haben wir schon mal gesehen haben wir vielleicht besser gesehen tricktechnisch ist es aber auf allerhöchsten niveau kann und muss man aber auch erwarten bei so einer produktion also wenn sie da sparen und das verkacken dann gute nacht ja letzten endes muss man dann sagen hätte diese neue trilogie gebraucht hat sie der saga etwas neues geben können ich für meinen teil bin da ganz ehrlich man muss sagen leider nein episode 7 ich war noch gehypt die fand ich cool finde ich jetzt auch immer noch den besten teil auch wenn man da sagen muss natürlich mit diesen neuen todelstern und was weiß ich nicht alles da hat man auch sehr viel fanservice betrieben und es war wie episode 4 und was weiß ich nicht aber allein mit diesen stormtrooper mit den finn eben da da war er noch richtig interessant er desertiert und mit dem helm mit dem rot wie man das alles gemacht hat das war alles cool das fehlt hier also man geht hier wirklich auf nummer sicher in im letzten teil mit episode 8 hat man einiges echt kaputt gemacht wie gesagt ein paar bilder die wirst du nie vergessen und es war absolut unwürdig für den ein oder anderen charakter und das bleibt uns jetzt erspart aber man fragt sich auch was ist mit den knights of ren okay du siehst jetzt ein bisschen mehr knights of ren aber es wird trotzdem nicht da wünscht man sich mehr oder diese diese roten trooper hier diese death trooper oder sif trooper oder wie die heißen hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht auch wie man das damals mit den snoke gemacht hat und was alles noch rauskommt über den snoke jetzt in diesem ding ach das ist alles so echt unbefriedigend und so wird auch meine punktzahl ausfallen wenn ich jetzt hier episode 9 bewerten sollte also fünf oder sechs von zehn punkte sucht euch aus aber vielmehr ist leider hier nicht drin ist wirklich schade und wie gesagt der schluss dieser schlusssatz der hat es noch mal für mich runtergezogen und ich dachte mir nein bitte sag es nicht bitte sag es nicht und sie sagt es dann doch und dann ne also wirklich schade natürlich ist es schön star wars im kino zu sehen wenn die musik ertönt und du lichtschwerter duelle siehst und ja raumschiff schlachten ich habe die 3d fassung gesehen das 3d kannst wieder in die tonne kippen ich habe alle letzten drei teile jetzt hier von dieser neuen trilogie in 3d gesehen du hast kaum tiefe kaum pop outs also wirklich könnt ihr euch sparen müsst ihr nicht machen auch da konnte man hier nicht wirklich was ja die leute begeistern sozusagen und letzten endes muss man sagen ist es schon leider eine sehr schwache trilogie ganz klar die erste trilogie ist die beste aber man sieht auch dass diese prequels gar nicht so schlecht waren wie sie immer gemacht wurden jetzt anhand dieser neuen trilogie und ja ich bin gespannt was ihr alle sagen werdet wenn ihr dann den film gesehen habt und wenn ihr dann jetzt diese komplette saga als ganzes betrachtet wie dann euer fazit ausfällt lasst es mich wissen wenn ihr die filme gesehen habt schreibt es mir in die kommentare rein und ja das soll es dann erst mal gewesen sein von meinen ersten eindrücken ich bin gespannt was ihr dazu sagen werdet und jetzt kommen dann aber noch abschließend zu unserem lego harry potter adventskalender gucken uns noch an was sich hinter den heutigen türchen verbirgt und dann ja schauen wir mal so heute haben wir die 18 18 18 18 hier oben ha gestern noch darüber beschwert dass es zu viele fähnchen sind zu wenig figürchen und was haben wir heute mit sicherheit ein figürchen und hinter dem heutigen türchen hatten wir mal wieder ein figürchen sehr schön jo meine lieben filmfreunde das soll es dann auch gewesen sein mit dem heutigen video ich bin wie gesagt sehr gespannt auf eure meinungen und reaktionen zu star wars episode 9 am freitag findet auf dem kanal vom simi dann ein spoiler live stream start mit dem simi den kurt den ralf von ralfs unboxing aka george clooney und meiner wenigkeit also wenn ihr bock habt schaltet ein ich glaube so ab 19 uhr wird aber noch mal bekannt gegeben und deswegen ja wenn ihr bock habt hier mitzusprechen dann guckt auf dem kanal vom simi vorbei und lasst uns eure meinung dort im live stream im live chat wissen das war es von meiner seite aus ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten mal und servus ja 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 ja